Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mormon, heute an diesem schönen Mormontag. Und was eignet sich an einem Mormontag besser, als dass ein Schutz nicht mehr wirkt? Aber, wenn ein Schutz nicht mehr wirkt, gibt es einen Professor, der Abhilfe verschaffen kann. Hallo, hier ist der Morre. Ja, möchtest du das vorlesen? Nö. Who has the knowledge and the technique for survival? Bear Grylls. And Pokemon Ranger, that's who. Aber Bear Grylls auch. Jackson. Jackson. Wieso? Ach, nix. Guck mal, ist das nicht fair? Kar-Pilz gegen Kar-Pilz, nur meins ist 8 Level stärker. Nein, das ist voll fair. Ja, gell, meine Meinung. Oh, es regnet. Ja, ja. Pokemon Ranger. Komm, du schaffst es, du schaffst es. Ich schaffe es auch. Los, Smash Punch. Yeah. Nächstes Level. Yay. Sky Uppercut. Tschüss, Mech Punch. Was machst du denn? Nix. Ich habe nur gerade gestoßen. Nicht mein Problem. Hast du gesehen? Ich habe Sky Uppercut gelernt. Ja. Ich habe keinen Himmel abhacken. Kannst du den Himmel abhacken. Ich hasse dich. Ich hoffe, du hast mir einen Rematch, ohne meine Lacken von Knowledge zu geben. Richtig, richtig. Wo habe ich eigentlich das Fahrrad? Das heißt doch eigentlich Mobbing anstatt Mocking. Ach, du bist schon so ein Mobbing-Opfer. Robbing-Mopfer. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich mir das Item hier drüben hole. Habe ich was dagegen. Dein Pech. Jetzt habe ich es. So, noch dieses Item hier. Ein Hypertrank. Pokémon. Oh, Zick, das hat ein Item. Und rate, was es ist. Ähm. Äh, wäre. Wohl eher ein Trank. Wherever and whenever I may be, I always have my personal in- äh, Parasol in hand. Ja, deine Personalien. Sicher. I'll show you the true potential of me and my beer. A Beard-Pokémon. Und mein Bier-Pokémon. Ja, sein Bier-Pokémon. Der kommt aus Bayern. Und hat gerade Silvester gefeiert. Richtig. Rachel und Phil. Apropos, was hast du denn Silvester alles so gemacht? Gefeiert. Oh, guck mal, ist so ein Packs nicht wunderschön? Ja. Ich verliebe mich jedes Mal aufs Neue. Äh, das? Alle nimm die Hand aus der Hose. Ich kann gar keine Hand in der Hose haben. Ich muss den Controller beidhändig bedienen. Nein, musst du nicht. Schaffst du auch mit einer Hand hin. Guck mal, Matschot. Guck mal, besiegt. Guck mal, I'm running. Hurra. Oh, but that's not fair. We lack potential. Was ist impotent? Der ist impotent. Der hat so viel Bier getrunken. Oh, der Schutz ist schon wieder alle. Mensch, dass du meinen Schutz mal alle machst. Komm, lest das mal vor. I'm not one on your ground. You're in force on pain. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Hier hast du dein Geschenk. Hab ich das falsch übersetzt? Nee, oder? Nö. Nee, gell? Dachte ich mir auch Takashi. Das erinnert mich immer an Takashis Castle. Ich find's schade, dass sie das abgesetzt haben. Ich hab's nicht so oft geguckt. Mal die Fresse, das war cool. Das war auch nicht cool. Das war cooler als du, du Fettsack. Nur hab deine Fresse, du kleines Wichs. Alter, Aufgabe! Fang nicht jetzt schon wieder damit an. Nee, das müssen wir dann bei dir machen, wenn wir das Match spielen. Koffee. Willst du einen Kaffee haben? Nee, ich hab schon einen. Na, Kaffing. Und so. Nein. Magst du nicht? Nee. Dann halt nicht. Mein sind das starke Pokémon. Komm, mach mal mal Sky Uppercut. Schön immer. Äh, schon. Super, oder? Ja. Eine nicht so effektive Attacke. Natürlich wusste ich, dass Kampf gegen Gift nicht effektiv ist. Aber ich wollte es mal zeigen. Smokescreen. Hast du auch einen Smokescreen? Nee, hab ich nicht. Nee. Hast du nicht? Machst du Rocksmash und Mudslap. Ich hab mal schwach. Ich guckst du sowas. Weil ich da... Ach. Ach ja, stimmt ja. Das hab ich ja jetzt ganz vergessen. Oh, hey God. Silke, es hört bei Poison. Halt die Fresse. Oh, ein Zink. Warum nimmt man den Lavacookie? Geht doch. Geht doch. Hier, du musst wieder lesen. Hurra. Ja, so Pusen. Lieb gut. Will ich hoffen. Ja, pretty amazing. Du bist ein sehr nettes Kind. Ho, ho, ho. Für die Leute, die das Englische nicht mächtig sind. Ich hab das einfach mal so übersetzt. Das hab ich aber nur dieses eine Mal gemacht. The worst sky holds unto a promise. Nothing can compare to the sheer acceleration of light. Ja. Hast du auch alles verstanden, so wie ich? Ja. Birdkeeper Hook. Würdest du auch gerne Hook heißen? Ja. Captain Hook. All. Hey, ich hab nur noch fünf Stärke. Hey, ich hab nur noch vier Stärke. Übrigens hört man es, wenn du bei dir rumklickst. Nein, tut man nicht. Doch, tut man. Zumindest ich hör's. Aber ich weiß nicht, wie's in der Aufnahme ist. Rain continues to fall. Ist das auch? Ja. Oh, komm. Das hör ich auch. Das hör ich auch. Lass mich doch nicht mal an meinem Stuhl zurücklehnen. Nein. Ich hör alles. Ich bin... Interessant. Hallo Team Aqua. Wir sind hier standen, lockt out hier. Hey, du. Stay away from the weather institute. It's not safe. Da. Was ist? Nix. Dachte ich mir. Was ist denn mit dir los, hä? Mein Gott war sleeping. Everyone went upstairs. Ja, dein Pech. Na, schon wieder morgen? Nee. Wir haben's trainig schon nachts. Na, eigentlich 8.55 Uhr morgens, aber egal. Na ja, ein super Trunk. Damit hättest du nicht gerechnet, hä? Nee, normalerweise schlau ich schon die Uhrzeit. Ja, ich zu sein. Ich eigentlich auch. Hä? What's a kid doing here? Welcome. Hab ich nicht gesagt, du sollst seriös bleiben? Das war ich doch gar nicht. Ach, das warst du gar nicht. Nein. War deine Katze? Nein, mein Bruder. Ah. Ne lustige Geschichte. Meine Katze hat vor meinem PC abgeschossen. Was? Hey, du warst dabei. Hm. Ne. Hä? I lost? Zumindest ist dann die Skype-Confi abgebrochen, weil mein PC dann auf einmal aus war. Da war Scout interessiert in der Forschung, die hier haben. So sende ich uns aus. Wir haben mit Meddling. Was machst du eigentlich währenddessen, dass ich das hier spiele? Äh, nix. Und das soll ich dir so glauben? Einfach so? Ja. Und warum klickst du dann mit deiner Maus rum? Na, ich spiele solitär. Kannst du nicht sagen, dass du nix machst, dann? Komm, ich sehe Kai. Der hat gelohren, liebe Kimber. Das mache ich immer. Auch in der Schule. Ach, deswegen ist es deine Antwort nochmal falsch. Ja. Weil du mal lügst. Ja. Ja, verstehe. Ich sehe zwar nicht den Sinn dahinter, aber... Man will doch cool wirken. Cool ist man nur, wenn man halt... Falsch sagt. Blasted. Blasted by a kid. Wusstest du das schon? Für ein Kind? Nee. Das Ei will aber nicht schlüpfen. Der Institut created a type of Pokémon that was something to do with the weather. We are here to take them. Don't tell me you're looking for that weather Pokémon too. That's a no-no. We were here to get it first. Where are you? What? Nichts. Good. Komm, sing mal irgendein schönes Lied. Ich muss unterhalten werden. Ja, warte, ich sing gleich. Wehe, du singst so gut, dass ich Trouble mit der GEMA kriege. Ich hab mein Handy gerade nicht dabei. Oh, Mensch. Eine Aufgabe. It's super effective. Freust du dich auch, Seekheit, Level 37? Ja. Hey. So. So, ich sing? Du hast echt gerade dein Handy geholt? Ja. Nee, bitte sing nicht. Abgesehen davon habe ich hier schon Hintergrundmusik. Da musst du dich noch drüber plärmen. Ich kann mein Handy auch holen, so ist es nicht. Our plan was being spoiled by a kid. Oh, will you look at my Pokémon? Hab ich das nicht schon getan? Alle? Nur der Unterschied zwischen mir und dir ist, dass ich mein Handy holen kann, ohne dass jemand merkt. Kann ich auch. Nee, kann ich nicht. Wer die mag war, we appear wherever anything where is found. Die Schnufe mit dem Headset ist so lang genug, aber nicht vom Controller. Wow, Puccino. Endlich. Endlich mal ein starker Gegner. Wow. Level 620. Ja, hey. Wir waren auch mal Level 26. Recyceln Sie mit, nutzen Sie den geschlossenen Wertstoffpreislauf für Freeway und Saskia Produkte. Mehr Informationen www.lidl.de Was ist das? Saskia Produkte? Psst, ich habe doch gerade Werbung gemacht, da trinke ich 50 Euro. Aber nicht verraten. Nein, mache ich nicht. Gut. 25 Cent Einwegpfand. Medium. Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, aus der Saskia Quelle in Jessen. Du bist schon so ein bisschen interessiert, hä? Oh Gott, me. Ja, bin ich. Das dachte ich mir. Haha. Du gehst mit dem Team Aquas-Affaires? Du bist Eider absolut fahrlos, einfach ignorant oder beide. Du bist so süß. Du bist so süß. Du bist so süß. Ich werde dich schlafen, Junge. Und sie machen dich kaputt. Ne, sehe ich nicht ein. Carnivana. Ne, Carvana. Arne? Ja. Warum kann ein Bacom nicht schwimmen? Weil du nur einen Arm hast. Das Klang wird. Ich bin cool. Wow. Sieht das nicht gefährlich aus? Ja. Sieht gefährlich aus. Hast du ein bisschen Angst, hä? Du bist irgendwie in der Banknachbarin. Welche Banknachbarin? Deine oder meine? Meine. So ein Rigg. Ah, ich dachte du meinst Toni. Also wirklich, Toni, nicht die Abkürzung. Ich wollte es nur klarstellen. Haha, you're disgustingly strong. It's bad enough to have Team Magma blotter about, but now there's you. What makes you want to sniffle round in our business anyway? We have a situation here. A Team Magma mob just passed the weather institute. They appear too headed for Mr. Pyre. What? We can't waste any more time here. We have to hurry to Mr. Pyre too. Haha, Team Magma, just wait. Möchtest du lesen? Thanks, thanks to you. We are safe. It might be an odd. Way of thanking you. But take this Pokemon. Click Rezewide Castform. Konnt ich nicht lesen. Click Rezewide Castform. Do you want to give a nickname to know? Jetzt darfst du wieder lesen. Ne, jetzt hab ich keine Lust mehr. Halt die Fresse und les. Hab keine Lust mehr. Les jetzt! Hupfe! Nein! That Pokemon James shape according to the weather conditions. There are plenty of them in the institute. Go ahead and take it. So. Bist's. Hä? Endlich. Hä? Mein Ei bricht auf. Ich muss zum Arzt. Was denn? Mach nix. Nö, nix. Ich dachte schon, du hast irgendwas. Nienini. 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 Aua! Mob? Was denn? Start wem wo? Ist nicht mein Problem. ja hau ab hallo cast form ist das hübsch ich nehme wurs ins team so lange bis ich mein letztes mein vorletztes team mit habe warum heißt das nicht bewusst weil ich vergessen habe das t zu drücken ja sorry mensch hast du auf die zeit geguckt wir haben es nur 1 wir haben es zwar nur 5 aber das ist egal 1 wir haben es nur noch 5 1 uhr gibt na also wer nachrichtig aber abgesehen davon dass deine uhr nicht geht meinte ich nicht die zeit auf die uhr sondern die zeit wie lang die aufnahmen ja schon geht warum soll ich das machen weil ich das noch vergessen du darfst jetzt auch so ich ja ja ich habe extra eine pause gemacht damit du sagen kannst was du wolltest nein scheiße jetzt habe ich weiter gedrückt sagt schon gut na gut haben strangen werden let me check for you ready with your pokemon of course you are go so jetzt habe ich eine uhrzeit geändert auf 9.05 es ist 9.06 aber egal ja und auf meinem handy ist 9.05 hat die fresse ist es 9.06 nein 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 ich bin nämlich voll intelligent ich habe sogar schon fast abritur aber auch nur fast ja fast rein konnte noch voll streng ja genau mit vielen talent als du ja moment dann hätte eigentlich als wo du sagen müssen ist mein scheiße gruwe weil auch schade und bin okay vor wieder habe ich sogar auf dem handy das glaubst du nicht das ist alles schade one morning in june 20 years ago i was born a rich man son i had everything with money could buy but freedom i had none i've been looking for freedom click you're strong i was worried that you might be struggling with your training but i had absolutely nothing to worry about keep it up and here i have a present for you fliegen oh eine hrm will nicht lesen use fly and the pokemon will instantly carry you to any town you've already visit but to use fly you have to get the gym badge from fortress city that's important so don't forget you should fly home and visit litter port for a change i bet your mom's worried about you click well let's meet again somewhere erstmal sehen uns im sehgras um oh warte Die Fresse, Scott. I'm sure seem to run into your off-turn. Are you off to factory gum next? I expect that you'll do well at the gum. Uh, well, I'll thank you. Schön vorgeteilt. Ach, noch mehr. Ach, scheiße. Das ist doch blöd. Klingt, das ist mega well. How are you, Pokémon? I just lost yet another battle. Well, see you. Wow, das war jetzt, äh... Wohoi. Weißt du, wir machen einfach eine Aufnahmepause und sehen uns dann am nächsten Montag wieder. Bis dann, Freunde. Tschüss.